So, guck mal wieder ein paar entspannte Videos hier. Okay, FIFA 22, Players that won't be in FIFA, Buffon, Rooney und Geist. Also das ist ein Spieler, die anscheinend nicht in FIFA 21 mehr dabei sein werden. Hey Siri, Büro an. Ja, warum soll der nicht dabei sein? Achso, der wurde ja gebannt für ein Jahr, ne? Weil er Doping gemacht hat. Oh nein, besser so, weil den kann man eh nicht ziehen in FIFA. Also den zieht man jedes Mal in FIFA. Immer ziehst du den, jedes Mal. Der wird aber trotzdem safe dabei sein. Boah, der hat aber was ganz Tiefes gehabt hier. Oh ja, geil, geil. Confirmed retiring. Also, Huttele wird aufhören, okay. Huttele, Huttele. Boah, Rooney, wenn der... Ja, auf jeden Fall, Rooney, I can cut it into the space. Confirmed retiring. Boah, schade, Digga. Überleg mal, wisst ihr noch die Zeit? Rooney, Ronaldo, Tevez, Berbatov, Evra, Skoltz. Das war so geil, Alter. Rooney ist Baba, Digga. Also auch so eine Karte, die im FIFA... Possible retiring. Digga, Buffon wird weiterspielen. Glaub mir, Chet. Der muss aufhören. Äh, weiterspielen! Caballé. Okay. Rooney ist jünger als Ronaldo, sieht aber nicht jünger aus. Boah, Chiellini, Alter, in dem Alter noch 87er-Karte. Okay, krass, Digga. Was ist denn passiert hier? Was ist hier passiert? Bei dem... Possible free agent. Vater Abraham hat sieben Söhne. Sieben Söhne, der Vater... Wie alt ist denn Vater Abraham? Selbstmord... Ach du Scheiße, Digga, krass. Hart, Alter. Fernandes. Reason, Club not in FIFA. Digga, der habe ich mich immer aufgeregt, wenn man den gezogen hat. Das war doch ein Freiheitskämpfer, diese Karte da jedes Mal, ne? Chiellini hört nur viel leicht auf, ja. Aha. Fernandinho. Auch gestorben, Digga. Was ist denn da passiert, Mann? Hulk, boah, früher Hulk. So eine kranke Karte, Digga. Das war so ein Tier. Wisst ihr noch, damals... Ähm, FIFA... Hatte Autounfall gehabt. Ey, krass, Mann. Ähm, boah, wisst ihr noch Hulk früher? FIFA 12, FIFA 13, diese Skillzeiten noch, ey, mit Hulk und so weiter, was der für einen Schuss hatte. Boah, Iniesta, Digga. Ja, das war schon sowieso das Traurigste, wo der... wo der bei Barca aufgehört hat. Das war schon sehr traurig. Okay, Ben da jetzt safe auf. Aber dafür hat er nochmal eine richtige Karte bekommen, eine richtig krasse Karte in FIFA auch. Aber die, die sehen, die sehen so jung aus, beide. Ne, die sehen unnormal jung aus, beide. Wie alt sind die denn, die Bänder, Brüder? Ja, 31 Jahre sind die zwei, Alter. Hören jetzt schon auf. Klappt noch im FIFA. Jemerson, da riecht jemand immer rum, oder was? Jemerson. Ja, aber ich bin froh, ich habe einen Trikot, ja. Was ein Foto, Digga. Joaquin Bon, der ist auch schon Ewigkeiten dabei. Der ist gefühlt, jedes FIFA noch am Start, ne? Halt, Stopp! Jetzt rede ich. Boah, Mascherano, Digga, Alter. Da kann ich mich noch dran erinnern, bei Argentinien, der ist Junge. Boah, krank. Ja, das hören alles Leute auf, die man schon so lange kennt, ey. Ja, krank. Ist natürlich auch traurig, Barca-Zeiten auch, klar. Und Argentinien. Der war auch damals richtig stark. Scheiße, dann kann ich nicht mehr mal diesen machen. Nakajima. Klappt not in FIFA. Aber vielleicht kriegt FIFA ja neue Lizenzen unter. Boah, Nani, Digga. Der soll mal nicht aufhören, Digga. Nani. Ey, Nani war so gut damals bei Main U, und dann irgendwie, keine Ahnung, ist der voll untergegangen, oder? Was sagt ihr? Ja, nächstes Jahr. Bad. Bad, bad, bad. 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 Krass, Pistrek beendet Karriere nach diesem Jahr. Wusste ich gar nicht. Quagriarella. Quagriarella. Nani wurde das Tor von Ronaldo geklautert. Ja, Mann, das weiß ich noch, ey. Boah, Rivarie würde auch wahrscheinlich aufhören. Also possible nur, nicht zu 100%. Possible. Boah. Robin und Rivarie, Alter, krank. Wenn die beiden aufhören, überlegt mal, wie haben die noch spielen? Ich kann mich noch daran erinnern, ein bisschen noch das Tor von Robin, die Ecke, und dann Robin, dieser Wolle, ich glaube, gegen Man U war das damals, Alter. Ey, wie die Zeit vergeht, ne? Robberie. Rufier, hört auf, okay. Ja, das sind halt alles Karten, die man persönlich nur durch FIFA, also ich kenne den nur durch FIFA. Boah, Tevez auch schon so lange dabei, Digga, diese Zeit, Man U mit Ronaldo und so, das war Baba die Zeit. Und Tevez damals. Vargas. Und das sieht aus wie Broly aus Dragon Ball Z. Carlitos. De Cumia Viana, in Viana, because my club is not in FIFA, I'm in Viana. Das ist ja voll jung aus, was ist denn da passiert, Mann? Mit 25 Jahren, Alter, der ist jünger als ich. Was ist passiert? Willer Real trauert um Ex-Profi Frank Costa nach Tod in Uruguay. Krank, was ist passiert? Was? Na, nachdem Spieler beim Schwimmen in einem Fluss verschwunden war, bestätigte der Club nun sein Tod. Ach, du Scheiße, Alter. Einfach ertrunken, Mann. Boah, das ist ekelhaft, ey. Oh, Mann. Digga, wie ein Loss. Warte mal, ist das gerade deren Ernst? Das ist doch Vargas rechts. Wieso zeigen die dann diesen Zarajo? Wer ist Zarajo, Karajo? Das ist doch Vargas oder bin ich blöd, Chat? Hier, das ist doch der hier oder bin ich blöd? Komplett lost. Und das auch noch beim letzten Spieler, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh,